Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Toto und weiter geht's mit Digis Adventure und der Region Skandinavien. Ich gehe erstmal hier rein. Okay, gut. Dann... Hier ist alles zu. Dann mache ich das hier. Dann kann ich da weitermachen. Okay. So, jetzt gehen wir noch einmal da runter. Talabiber. Gut. Okay. Dann... Ich mache erst das hier. Ähm... Mhm... Okay. Ja, erst raub oder erst runter? Ach komm, ich gehe jetzt runter. Hier ist die Katze. Ja, scheint schon so. Ich lege den einfach mal da drauf. Grün sticht so ins Auge. Da geht schon wieder abwärts. Nö, war aber nix. Jetzt... Ähm... Das muss da hinten noch etwas länger dauern. So... Gut. Da ist nur der Hase. Gut. So. Und jetzt kann ich mir da hinten in Ruhe Zeit lassen. Halt... Halt... Da ist noch was. Aber ansonsten war da nichts mehr, ne? Ne... Sieht nicht danach aus. Jetzt... So... 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 Jetzt geht es da weiter. Okay... Hm... 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 Da habe ich der Katze dann wohl. Ich habe schon einfach an den Weg abgeschnitten. So. Ähm. Okay. Okay. Nein. Jut. Moment. Da machen wir den erst hier rum. Wollen wir da gleich nicht noch mal zurück. So. So. Wer hat sie halt. Bitte mal doch freundlich. Und hier. Ich bin schon hier. Ja. Ähm. Ja. 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 Da haben wir eins. Ja. Das geht auch nicht. Ja. Für die grauen Steine sehe ich jetzt nichts. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf meinen Kanälen auf YouTube, auf Twitch und auf Kik. Bis zur nächsten Folge. Tschüss sagt der Toto.